In dieser Klasse werden wir die Vorlage sehen, die für die Oberflächenmodellierung verwendet wird, und wir werden die Schnittstelle erkunden. Auf dem Desktop navigieren und die Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Oberflächen kennen. Dann gehen wir zum Unterricht. Wenn wir den Inventor öffnen, werden wir auf den Startbildschirm der Software geleitet. Auf diesem Bildschirm können wir die zuletzt gespeicherten Projekte öffnen, die Vorlage auswählen, auf der wir arbeiten möchten und sogar Vorlagen konfigurieren. In der Toolgruppe Launch klicken wir auf Neu. In diesem Fenster haben wir alle Gruppen von Vorlagen, die wir verwenden können. Wir werden am metrischen System arbeiten und dann auf Metric klicken, um die konfigurierten Vorlagen für dieses System zu aktivieren. Wenn wir mit Surfaces arbeiten, modellieren wir ein Teil und die verwendeten Vorlagen sind diese. Sehen Sie, dass wir spezielle Vorlage für die Erstellung von Platten und das Muster für die Teile im Allgemeinen haben. Für das metrische System stellt Inventor die Vorlagen bereit, die bereits nach den Norm konfiguriert oder Millimeter spezifisch konfiguriert wurden. Wir werden die Standardvorlage im IBT verwenden. Also werden wir in Millimetern modellieren und die gespeicherte Data wird die Erweiterung im IBT haben. Sehen Sie, dass wir auf den 3D-Desktop gerichtet wurden, die 3D-Registerkarte-Modell, wo Sie die Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Oberflächen finden. Bevor wir über sie sprechen, werden wir über den Prozess der Erstellung einer Oberfläche sprechen. Um die Fläche zu modellieren, klicken Sie auf 2D-Skitzel starten und wählen Sie eine Referenz-Ebene aus. Beachten Sie, dass wir auf die Registerkarte Sketch geleitet wurden, wo Sie alle Werkzeuge finden, um das Produktformat zu entwerfen. Beachten Sie, dass dies die gleichen Werkzeuge sind, die wir für die Volumenmodellierung verwenden. Um diese Registerkarte zu verlassen und zurück zu 3D-Modell, klicken wir auf Fertig-Sketch. Durch Klicken auf diesen Pfeil können Sie die Gruppen von Werkzeugen auswählen, die in diesem Menü angezeigt werden. Die Gruppenoberfläche und Kunststoffteile sollten sichtbar sein, die die Werkzeuge einhalten, die wir während des Kurses verwenden werden. In der Gruppefläche haben wir die Werkzeuge Stich, Batch, Trim und Erweitern, die zum Erstellen und Bearbeiten von Oberflächen bestimmt sind. Wir werden auch Sculpt, Replace Phase, Repair Bodies und Sicken Offset verwenden, die Interaktion zwischen Oberflächen und Volumenkörpern ermöglichen. Alles klar, schon gut Punkt. Wir schließen die Selektion ab, indem wir die Vorlage kennen, mit der wir Oberflächen modellieren, die Arbeitsumgebung und die Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten von Oberflächen verwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017